Herzlich Willkommen zu einer Runde BADWARZ, yo! Uch, schön. Ja, herzlich Willkommen zu einer Runde BADWARZ. Falls ihr es doppelt hört, tut mir leid, mein Mikro war grad viel zu weit weg. Hab ich vergessen dran zu. Ähm, falls ich mal verkackele wegen Schleichen, ich wundere nicht, probiere grad ne neue Einstellung aus. Und ich hatte grad irgendwie voll Lust auf BADWARZ. Ja. So. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell in die Mitte. Nicht da. Ja, da. Zack, zack. Ich glaub das ist die Map Fantasy, wenn ich mich nicht irre. So, dann rollen wir mal in die Mitte. So. Warum bin ich eigentlich grad so schleiße? Egal. Ähm. So. 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 das war alle gegen alle 8 Leute richtig abgegangen 3 Welten, 4 Kills zum Schluss war's richtig knapp ach man, warum hab ich's doch nicht aufgenommen aaaaaaah das hätte ich so schön hochladen können egal jetzt geht's aber los wow die Map, ach die Map ist das ok wobei ich die eigentlich schon mal gespielt hab hat einfach anscheinend nicht gespeichert wahrscheinlich weil ich eher rausgegangen bin weil keine Ahnung weil meine ganzen Nebenkameraden scheiße waren das müsste ich euch mal so vorstellen ihr fangt an zu spielen, ne? so, was macht euer Team? left so, 2 Minuten später left it hab ich gesagt, please nicht leften, also nicht leften bitte nicht, was macht er? er left it manchmal könnte man ja mal hingehen sie aufsuchen ne egal zack, kommen wir hier eben mal hoch ach ja, ich hab das ja nicht mehr auf dieser Tasse auf dieser auf meiner Mauseinstellung bei allem können wir ja noch nichts anfangen hoch aus der Spitzhacke bringt uns ein Gold ja nicht viel so ein paar Eisen bringt uns schon ein bisschen weiter zack zack da jetzt gerann die dahin zack da jetzt gerann die dahin k morality an zack r und r die r Т die lighthouse das ist etwas max Was habe ich hier für Teams, ganz ehrlich? Was habe ich heute für Teams, ganz ehrlich? Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Ja, wo ist die Glatzenkälbe, ganz ehrlich? Mich würde es nicht wundern, wenn der irgendwo anders ist. Ja, genau, der steht da ganz geschillt und weiß überhaupt nichts, ne? Ich mache mich das sowas von auf. Komm, eine Runde noch. Ey, ich finde echt die Worte. Ich habe momentan die blödesten Teams der Welt. Der rennt an ihnen vorbei und die registrieren das einfach nicht. Die registrieren das einfach nicht. Das ist schon mal richtig blöd. Loll. Ach, schönen Dank auch. Ich hoffe, ne. Classic. Ach, weißt du was. Wir können ja theoretisch mal... Irgendwie eine Runde... Ne, ist geil, aber es dauert ein bisschen. Irgendwas kurzes jetzt. Das wäre auch ne mögliche... Loll. Loll. Äh. Winkelkasse, da will ich rein. Wenn es zu lange dauert, seht ihr genau. Jetzt ein Cut. So, ansonsten hört ihr jetzt dieses Gelaber, bis es losgeht. Was? Noch ein bisschen. Loll. X-Music 1. Okay. Ach, hier. Anti-159. Ich glaube, wenn ihr ein Snapshot-Vorstellung sehen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann werde ich jede einzelne, okay, wohl sich verändern, oder zumindest nur die neueste, ein bisschen was zu erzählen. Halt ihm die auch Lust zu. Das ist nicht euer Ernst. Es ist echt nicht euer Ernst. Mann. Das ist doch scheiße. Ich glaube, den Cut kann ich lassen. Der wird nicht kommen. Ja. Los, 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 los. Mach, 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 mach. Ich will jetzt hier ohne mitspielen. Dann habe ich die Folge auch voll auf dem Bett. Da habe ich gerade irgendwie keine Lust mehr, weil ich einfach nur blöde Teams kriege. Und wenn ich dann bin ich tot, deswegen und alles Mögliche. Ich will dieses Eisenschwert haben. Ich will dieses Eisenschwert. Übrigens dahin. Falls man Detective oder Traitor oder was weiß ich wird. Och, Mann. Wir haben keine beschissene Waffe, sind Traitor. Und das soll jetzt bitteschön euremänner machen. Wenn ihr uns jetzt angreifen, dann sind wir am Arsch. Und da geht's raus. Hier war eine ehemalige Tür. Ich kann dir jetzt leider nichts machen. Schade. Der greift nämlich den an und deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal versuchen anzuschießen. Aber das ist ziemlich scheiße. Ich brauche nur den Lacken. Moin. Zum Glück sind das nicht immer Vandomkiller. Vandomkiller sind nämlich meistens scheiße. LOL. LOL. Ja. Ja, sooo... leicht kann es gehen. Tradershop einmal, das hätte ich gerne. Oh, wir müssen noch mal einen killen. Wie viel haben wir denn gerade gekriegt? Zwei Traderpunkte. Wir müssen unbedingt jemanden noch mal erwischen. Ich will C4 haben. C4 ist geil. Weil... vor allem, wenn man... vor allem, dann muss man... Tja, nicht mehr Chance zu schreiben, dass wir ähm... Traitor sind. Ich weiß gerade gar nicht, wer ist die wirklich Traitor? Ich glaube schon. Oh, hier sind coole Diamanten. Moin. Tja. 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 Hm. Auf jeden Fall, wie siehts denn... Oh cool. Cool, 2000 irgendwas lebt noch. Also den müssen wir jetzt finden, das heißt... Preisradar. Das war... Ausreden... Tja. 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 Dann schon mal einen K Hmmm und... Es gab keinen K flirting mit einem Kladen und sovielang, und damit ja wenn es euch gefallen hat, lasst auch eine Bewertung da, würde mich freuen mir ist es egal, ob positiv negativ, hauptsache ich hab ne ich hab ne Feedback von euch und wenn euch was nicht gefällt, dann schreibt es doch in die Kommentare, dann könnte ich es verbessern na dann, haut rein tschüss